Moin ihr Rabauken, das ist Walk the Lines, ich bin Peter, Illustrator und Concept Artist und heute gibt es so einen HVK im Style der 50er. Also lass gleich loslegen. Was die Arbeit angeht, war bei mir das letzte Jahr mit Abstand das beschissenste. Ich mache das Concept Arting seit 8 Jahren freiberuflich und alles war cool, aber letztes Jahr, pfff, alter, keine Jobs. Deshalb habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, Kaltakquise zu betreiben, meinen Instagram und Artstation wieder zu füttern, auf LinkedIn aktiver zu sein, meine Website zu aktualisieren und ich hatte Zeit, dieses YouTube-Ding zu starten. Jetzt läuft es gerade aber auftragsmäßig wieder ziemlich gut. Ich hatte sogar teilweise Jobs parallel laufen und bin gerade richtig im Stress. Und weil ich so viel zu tun habe und weil die YouTube-Klicks echt unterirdisch sind, werde ich das Ding erstmal auf unbestimmte Zeit pausieren. Ich muss auch zugeben, bei der ganzen Arbeit und Zeit, die da bis jetzt reingeflossen sind, vom Geld für Licht, Kamera, Mikro, Kabel etc. mal ganz abgesehen, tut es auch schon echt weh und ist eine herbe Klatsche, dass die Views so mies sind und im untersten zweistelligen Bereich so rumdümpeln. Na ja, vielleicht ist es auch einfach kacke, was ich hier mache. An die drei Zuschauer, die hier gern reingeschaut haben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und mitnehmen und den Rest des Videos gibt es nur etwas Musik. Also einmal ordentlich durch die Hose Luft holen und entspannen. Bis irgendwann und macht's wie Batman, haltet die Ohren steif. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018